Der existierende Mensch Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen 22. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Das Thema ist heute elektronische Medien-Videospiele und Sinn. Mein heutiger Studiogast hier im Studio, Tom, Systemadministrator und, würde selber von sich sagen, ein passionierter Spieler. Ja, meine Damen und Herren, dass Sie sich ein bisschen was wieder vorstellen können. Zu dem heutigen Studiogast, würde ich sagen, macht man wieder den existenziellen Steckbrief. Ein Name? Ja, hallo. Ein Name hast du ja eh schon richtig gesagt. Tom, ich glaube, so kennen mich die meisten. Also bleiben wir gerne bei dem. Geboren? Geboren Anfang der 80er Jahre in Tirol und ja, entsprechend eben ein Kind der 80er und bereue das auch nicht. War eine schöne Zeit. Ein Kind der 80er, interessant. Tom, aufgewachsen? Ja, selbes fast wie geboren in den 80ern in Tirol und naja, ist die Frage, um zum heutigen Thema ein bisschen überzuleiten, sehr früh auch schon mit Computer und Videospielen. Also das war sehr bald in meiner Kindheit ein großer Teil vom Aufwachsen von meiner Freizeit und auch später dann vom Berufsleben bzw. vom Schulleben. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ich weiß nicht, ob Sie es auch interessiert, meine Damen und Herren, wenn der Tom immer sagt, Kind der 80er, was macht denn für die, was machen denn für die die 80er aus? In Bezug jetzt auf Computer und da das ja eine meiner Leidenschaften ist, was Freizeit und Beruf angeht, verbinde ich natürlich mit den 80er die Zeit mit Computer, wo alles, wie würde ich mal sagen, losgegangen ist. Also das war die Zeit, ab wo man sich hat für zu Hause wirklich einen Computer leisten können. Also in den 70er war das einfach noch sehr exotisch, sehr, sehr teuer und dann in den Mitte 80ern sind dann die ersten Computer gekommen, die man sich hat leisten können. Also von einem Monatsgehalt zum Beispiel, eventuell gebraucht auch ein bisschen günstiger und entsprechend ist die 80er Jahre für mich so die Pionierzeit für den Heimcomputer, sozusagen. Ja, okay. Also Sie hören, meine Damen und Herren, ich glaube, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen, wirklich ein, sagen wir mal, Experte auf diesem Gebiet, wir es einfach live mitkriegen. Tom, außer Computer oder vielleicht ganz zentral Computer, was verbindest du denn mit deiner Kindheit? Ist so zentral Computer Videospiele oder, ja, ich weiß nicht. Zentral, ich würde sagen, zentral damals waren bei mir eigentlich noch die Freunde, allerdings war bei uns eine gemeinsame Beschäftigung schon, sich eben mit Videospielen auseinandersetzen. Auch alleine natürlich, aber vermehrt auch, beziehungsweise damals sehr, sehr oft auch zu zweit, zu dritt, zu viert. Von dem her würde ich sagen, der Freundeskreis ist ein zentrales Element und der Computer eine gute Beschäftigung für uns damals. Sonst, ja, Schule, sehr, sehr zentral. Also wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke und sagen müsste, was ist mir meist in Erinnerung geblieben, dann ist es Schule gehen und eben mit den Freunden gemeinsam Computerspielen. Ja. Und dann, so nach der Schule, nach der Kindheit, wie ist es nachher weitergegangen? Ja, das ist die Frage, wann die Kindheit aufhört. Bei manchen ja erst mit 30 oder 40 oder gar nicht. Ja, nach der Schule, bei mir war Schule und Arbeiten übergangslos. Also ich habe während der Schule schon angefangen zu arbeiten im Bereich IT, wie man ja heute sagt. Damals war es noch EDV. Also ich habe schon vor Schulabschluss im Prinzip meinen Berufsweg gefunden. Das war also übergangslos und ja, ist auch dann, hat wieder mit IT, mit EDV zu tun gehabt und Spielen ist speziell in der Zeit dann zum Hobby geworden. Also das habe ich dann beruflich nicht mehr verfolgt. Das ist aber dann später wieder ein bisschen gekommen zumindest. Und jetzt aktuell beruflich Systemadministrator? Genau. Das würde nicht jedem was sagen. Vor allem, wenn ich das kürzlich verwende, Sysadmin, dann sind die meisten ein bisschen verwirrt oder verstehen das ein bisschen falsch. Man kann grundsätzlich sagen, der Systemadministrator ist der, der sich um alles kümmert. Das heißt, alles, was irgendwie mit IT, mit EDV, mit Computer zu tun hat, kann man den Systemadministrator fragen. Also der ist jetzt nicht spezialisiert auf eine Sache. Also es gibt ja auch Netzwerkadministratoren zum Beispiel, die sich nur um Netzwerke kümmern oder Leute, die sich nur um Sicherheit kümmern, nur um Software kümmern. Und der Systemadministrator, der hat so das Gesamte eher im Blick und bringt entsprechend auch von Fähigkeiten eher gesamtheitliche Sachen mit und weniger Spezialisierungen. Und kann man sagen, du bist jetzt rein hauptberuflich oder nur ausschließlich als Systemadministrator tätig? Oder wie können wir uns das vorstellen? Ja, das ist einmal das zumindest, wo das meiste Geld herkommt. Ah, okay. Aber wie vorher eingangs erwähnt, mittlerweile geht das die Spiele und das Spielen auch so ein bisschen in eine berufliche Richtung, weil man kann ja inzwischen auch mit Computerspielen ein bisschen Geld verdienen, wenn man es denn richtig macht. In meinem Fall sind das Videos, die ich mache für YouTube, da wo ich über Spiele eben Videos mache und entsprechend da ein bisschen auch einen Nebenverdienst habe über Werbeeinschaltungen und Ähnliches. Also das ist mittlerweile auch so ein bisschen richtig eine Arbeit sozusagen, die man zwar in der Freizeit erledigt, aber wo ein gewisser Arbeitsaufwand da ist, aber dafür auch eine finanzielle Entschädigung, eine kleine. Und Tom, dass wir so diesen existenziellen Steckbücher ein bisschen abschließen, da wäre so die nächste Frage, die ich weiß nicht, ob sie sich eher übrigt, aber was machst du denn du gern? Wandern. Okay, aha, das ist natürlich mit dem, meine Damen und Herren, haben wir jetzt nicht gerechnet, okay, ja. Weil neben all der ganzen IT und den Spielen braucht man einen Ausgleich und jetzt momentan, wo wir aufnehmen, die Sendung ist ja offiziell zumindest Winter, wenn auch vielleicht von der Temperatur her nicht ganz so. Und ich vermisse das Wandern schon sehr mittlerweile, weil bei Regen und so macht es halt nicht ganz so viel Spaß. Und das ist eigentlich mein Ausgleich und auch meine Langeweile sozusagen. Also, weil man sagt ja, der Mensch braucht Langeweile, um kreativ sein zu können auch, muss man ja weg von den ganzen externen Reizen. Und eben, das ist dann richtig bewusstes Wegkommen vom sonstigen Alltag, raus in die Natur, andere Reize, passive Reize, vielleicht auch kein Zwang, sich Gedanken zu machen. Und dann kommen ja meistens die richtig guten Ideen. Tom, du hast uns ja einiges auch an Musik mitgebracht. Ja, es ist elektronische Musik, das heißt Musik, die eben rein mithilfe des Computers entstanden ist, wobei das muss man ein bisschen relativieren. Es ist am Computer dann im Endeffekt zusammengefügt, muss man sagen, aber viele Elemente aus der Musik sind natürlich auch zum Beispiel von Live-Instrumenten oder auch Gesang oder so. Aber unter elektronischer Musik versteht man gleich Musik allgemein, die eben unter Zuhilfenahme des Computers zumindest finalisiert worden ist. Und das sind jetzt eben alles Lieder, die auf das Zutreffen aus verschiedenen Untergenres. Also da gibt es ja diverse Kategorien, wo man das nochmal einteilen würde. Also zum Beispiel, das ist jetzt viel sogenanntes Downtempo. Das sind eher langsame, ruhige Lieder, die nicht ganz so schnell sind. Und die zum Beispiel höre ich ganz gern neben meinen üblichen Tätigkeiten. Mit kleinen Ausnahmen, es ist auch das eine oder andere dabei, was vielleicht ein bisschen schneller ist, wo man vielleicht dann hört, wenn man eine Tätigkeit ausübt, wo man selber ein bisschen Adrenalin braucht vielleicht. Also jetzt nicht unbedingt fürs Autofahren so zu empfehlen, aber fürs Programmieren zum Beispiel interessanterweise eignen sich Lieder, die ein bisschen schneller sind. Okay. Und meine Damen und Herren, heute vielleicht für Sie der Vorteil, dass Sie, wenn Sie jetzt auf den verschiedenen Plattformen eingeschaltet haben, sei es iTunes, sei es YouTube oder auf der CBA-Datenbank und diese Sendung nachhören. Normalerweise haben Sie, wenn Sie nachhören, den Nachteil, dass Sie die Musik nicht mithören, weil Sie wissen, Copyright-Problematiken im Hintergrund kann ich das normalerweise nicht mit ausstrahlen. Und das wird dann für live zuhören plädieren. Das heißt, live können Sie es immer hören, jeden ersten Donnerstag im Monat von 20 bis 21 Uhr auf www.freirat.at. Aber nun diese Musik, was uns der Dom mitgebracht hat, unter der Creative Common Lizenz, das heißt frei verfügbar im Internet. Genau. Also wenn man nach der Musik sucht, wenn man den Album oder Interpretentitel eingibt, wird man das sehr schnell zum Download finden, kostenlos und natürlich absolut legal. Dom, was wäre das für Interpret und was wäre es für ein Album? Ja, es sind jetzt verschiedene. Das erste, ich weiß nicht, wann das drankommt, das wäre von... Ja, das kommt jetzt dran, würde ich mal sagen. Ja, von Gaggalaka, A Purple Playground heißt das Album. Okay, ja dann, freuen wir uns drauf. Okay, ja dann, freuen wir uns drauf. Okay, ja dann, freuen wir uns drauf. Bis zum nächsten Mal. 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 dann lernt man natürlich entsprechend viele Leute auch kennen oder taucht ein bisschen tiefer in die Materie ein, wenn man sich vielleicht auch etwas beliest zu dem Thema. Und da muss ich sagen, auf jeden Fall. Also Suchtpotenzial ist da definitiv viel vorhanden und es wird auch größer, das Potenzial. Also um auch mal ein paar Zahlen zu nennen, nach den Erhebungen, die ich kenne, das war von der Ipsos Media CT, soweit ich das weiß, ist das eine Studie, das ist jemand, der also eine Firma oder eine Vereinigung, die sich jetzt primär mit Spielen beschäftigt und die sagen, dass 42 Prozent, glaube ich, der österreichischen Leute, die einen Zugang zu Computer haben, auch spielen. Und das zählt als, glaube ich, in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal ein Spiel gespielt zählt, als man ist ein Spieler. Also ist jetzt natürlich ein bisschen flexibel der Begriff. Aber eben also allein schon eine Menge Leute, die überhaupt spielen, die also Zugang haben zu spielen und wie wir ja schon gesagt haben, Spiele werden immer einfacher verfügbar, genauso wie Geräte zum Spielen immer einfacher verfügbar werden, weil man kann natürlich mittlerweile auch auf dem Smartphone, das man immer dabei hat, weil jeder hat ein Handy oder ein Smartphone, kann man auch spielen und kann natürlich dort theoretisch viel Zeit damit verbringen. Und viele, viele mobile Spiele, also viele Spiele, die fürs Handy gemacht sind, sind genau auf das ausgelegt auch, dass sie ein bisschen ein Suchtgefühl verursachen wollen, weil das auch das Geschäftsmodell natürlich ist. Weil jeder, der ein Spiel macht, kommerziell will das natürlich verkaufen, will Geld damit machen. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich das beste Geld damit? Naja, entweder die Leute zahlen einfach 100 Euro fürs Spiel, was keiner tut natürlich. Vielleicht auf dem PC oder so, da zahlt man 50, 60 Euro. Aber jetzt gerade auf dem Handy oder auf dem Smartphone, wenn ich da ein Spiel mir besorge, das ist oft kostenlos, vermeintlich natürlich. Ich bekomme dafür halt Werbung eingeblendet ab und zu, zum Beispiel. Und dann ist es natürlich umso lukrativer für denjenigen, der das Spiel programmiert hat, wenn die Leute umso länger spielen, umso mehr spielen. Und entsprechend sind die Spiele dahingehend programmiert, dass man eben möglichst lang, möglichst viel spielt. Also es ist schon eine gewisse Absicht, sagen wir mal, der Hersteller dahinter, das so zu gestalten. Ich denke mir, das ist gerade so diese Schwierigkeit, wie du ja ganz gut sagst, wesentliche Kriterien, ob wir jetzt von einer Sucht sprechen können, oder ob es noch in einem Bereich ist, wo man sagt, okay, nein, so passt es eigentlich. Wären so zum einen dieses extrem starke Verlangen, was ich auch bei Computerspiele haben kann, und auch bei anderen Substanzen oder auch Nicht-Substanzen, so ich brauche es, ich will es, verbunden der Kontrollverlust. Das heißt, ich kann nicht mehr aufhören, wo du genau sagst, die Computerspiele sind auch dahin ein bisschen gestrickt, dass dann diese Levels vielleicht dann schwieriger werden, dann, dass gewisse Speicherpunkte dann an, ja, sagen wir, ein bisschen vorgeschrittenen Punkten sind, wobei sich da sicher auch sehr viel verändert hat. Dann könnte man sagen, dass es auch sowas gibt wie Entzugserscheinungen. Das heißt, dass ganz viel dann so da ist, eigentlich sollte ich wieder spielen, eigentlich wäre es gut, eigentlich brauche ich das fast. Dass so eine gewisse Dosissteigerung auch mit der Zeit feststellbar ist. Das heißt, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Dass damit verbunden so eine Einengung des Handlungsspielraumes ist. Das heißt, dass sich alternative Tätigkeiten, dass die entweder nicht mehr gegeben sind oder nur ganz, ganz wenig gegeben sind. Das heißt, dass sich alles extrem auf dieses eine dann konzentriert, mit dem, dass vielleicht dann, wenn negative Konsequenzen auftreten, sei es in der Arbeit, sei es in der Schule oder in anderen Bereichen, dass diese dann einfach übergangen werden und dass dieser Konsum einfach fortgeschritten wird. Also weiter, weiter durchgeführt wird. Egal, was auf der anderen Seite rauskommt. Ja, wie du sagst, wann entsteht Sucht und wann entsteht Entzug, das ist, glaube ich, dann, wenn man was macht, was einem auch irgendwie Spaß macht, würde ich sagen. Also es muss schon, wenn man damit anfängt zumindest, es muss einem irgendwie Spaß machen, muss es einen unterhalten, weil ich bin jetzt kein Mediziner, aber Spaß ist ja für einen Körper, was insofern gut ist, als dass irgendwelche Hormone ausgeschüttet werden oder der Körper natürlich auch ein gewisses Empfinden dann hat, ein angenehmes, und wenn man das dann nimmt, dann will er das vielleicht wieder. Und wenn man sich jetzt anschaut, was Spieler als Hauptgründe nennen fürs Spielen, ist das primär Spaß und Unterhaltung. Das ist der Hauptgrund. Also auch von der Seite her besteht natürlich das Potenzial für Sucht, weil es ist etwas, was einem Spaß macht, und der Mensch, glaube ich, lebt zum großen Teil vom Spaß, nicht ausschließlich, aber zum großen Teil. Allerdings an der Stelle, wenn wir es schon nicht nur Videospiele genannt haben, sondern eben, wie haben wir es genannt, digitale Medien, nein, wie haben wir gesagt? Ja, elektronische Medien. Elektronische Medien, genau. Da würde ja inzwischen fast auch schon sowas wie den Fernseher oder so dazuzählen, es ist ja auch alles schon digitalisiert. Leute machen aus Spaß und Unterhaltung ja nicht nur Videospiele, sondern schauen zum Beispiel auch Fern oder gehen ins Kino oder was auch immer und auch da sehe ich genau die gleichen Gefahren. Also gerade Fernsehen oder so würde ich durchaus vom Potenzial her auf das gleiche Niveau stellen, wenn nicht sogar höher als wir Videospiele, weil es einem auch sehr, sehr leicht verfügbar ist. Es ist immer eine Frage, glaube ich, der Verfügbarkeit. Wie einfach kommt man an die Sachen ran und wenn wir jetzt von anderen Möglichkeiten eine Sucht zu entwickeln sprechen, zum Beispiel Alkohol oder Drogen, ist natürlich der Computer oder das Spielen klar um einiges einfacher verfügbar, weil es kaum noch Hürden gibt, genauso eben wie beim Fernsehen. Also die Gefahr ist auf jeden Fall groß. Wobei natürlich auch, das habe ich auch beobachtet, in meinem Freundeskreis speziell, meine Freunde sind ja logischerweise im ähnlichen Alter wie ich, also alle so 30 bis 40 und die haben alle mittlerweile, oder viele haben Nachwuchs und der Nachwuchs ist in dem Alter, wo ich sage, das war die Zeit, wo ich damals mit Computer zu tun bekommen habe, das liegt schon sehr auch in der Hand der Eltern, sage ich mal, den Umgang ein bisschen zu regeln, weil ich will jetzt niemanden auf die Füße treten, aber wenn ich natürlich meinem Kind mit sechs Jahren oder so oder acht Jahren ein Smartphone in die Hand drücke und sage, mach damit, was du willst, dann ist die Frage, kann das Kind schon einschätzen, was der richtige Umgang mit dem Gerät ist und wenn es damit spielen kann, warum soll es dann nicht spielen? Also ich würde mal sagen, zu meiner Zeit, wo wir viel haben spielen können, viel haben spielen wollen, dann war man vielleicht schon eher erwachsen und das in der Eigenverantwortung, heutzutage eben ist der Zugang zu spielen und zu den entsprechenden Medien schon so früh verfügbar, dass es auch ein bisschen eine Erziehungsfrage natürlich ist. Das heißt, was würdest du dann jetzt, es könnte ja auch sein, dass sowohl Spieler sich diese Radiosendung anhören und auch Eltern, was würdest du den Eltern zum Beispiel dann raten, aufgrund von deiner Erfahrung? Das ist sicher mal anzuschauen, was es überhaupt für Spiele gibt, weil es sind ja nicht nur alles böse, sozusagen Mobile Games, die einem das Geld aus der Tasche ziehen wollen, sondern es gibt mittlerweile sehr hochwertige, zum Beispiel Erziehungssoftware, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, oder einfach Software, die wirklich für Kinder geeignet ist, beziehungsweise gibt es für jede Altersgruppe, und da rede ich speziell eben vom Durchschnittsalter, vom klassischen Spieler, das ist immer über 30 sogar, gibt es für jede Altersgruppe einfach Spiele, die auch fordernd sind. Also wo ich sage, das, was ich damals gespielt habe, muss ich im Nachhinein eingestehen, viel von meinem Wissen kommt aus Computerspielen zum Beispiel, weil es einfach Spiele waren, die sich irgendwie, ja zum Beispiel mit der Geschichte der Welt beschäftigt haben, wo man eben die Weltgeschichte durchspielt und da viel über andere Kulturen zum Beispiel lernt, es gibt Wirtschaftssimulationen, wo man viel mit Zahlen umgehen muss, wo man viel rechnen muss, und wo der Erfolg in solchen Spielen natürlich auch Spaß dann macht, also auch eine Befriedigung sozusagen ist, aber unterwegs, dorthin der Weg zum Spielen ist natürlich fordernd, also wo man auch sozusagen den Kopf ein bisschen einsetzen muss, und deswegen würde ich eben raten, liebe Eltern, schauen Sie sich an, was es alles für Spiele gibt, nehmen Sie sich selber mal ein Smartphone oder ein Tablet und brausen Sie mal ein bisschen durch den Store und schauen Sie, was es alles gibt, und probieren Sie mal ein bisschen aus, und ich glaube, Sie werden selber drauf kommen, dass es viele Spiele gibt, die einfach nur die Zeit totschlagen, und auf der anderen Seite Spiele gibt, die Spaß machen können, aber trotzdem Anleiheneffekt haben, also einfach selber ausprobieren mal. Tom, was würde denn jetzt gut passen als Musik? Die Echo Project mit A Blend of Nature. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Okay. Bis zum nächsten Mal. 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 Das würde ich. Ich will. Bis zum nächsten Mal. 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 werden, dass eben Brettspiele digitalisiert werden, also dass man wirklich Gesellschaftsspiele hat, wo es darum geht, dass man zu zweit, zu dreht, zu viert, wie auch immer am Tisch sitzt, aber eben ein Spiel spielt, das jetzt auf dem Ausblick ein Brettspiel ist, das aber im Hintergrund eigentlich auch schon ein Computer ist, gibt es natürlich auch schon die entsprechenden Geräte. Zum Beispiel kann man sich einfach vorstellen, man legt einen Fernseher flach auf den Tisch und hat einen großen Touchscreen und würde da zusammen ein Computerspiel drauf spielen zum Beispiel, das wäre dann auch schon ein, nicht Brettspiel, in dem Sinne ein Gesellschaftsspiel, also digitale Gesellschaftsspiele, das ist etwas, wo ich denke, das startet jetzt gerade erst, das kommt sicher noch groß, dann natürlich die Frage nach dem Eingabegerät, bis jetzt spielen wir mit Controller, mit Keyboard, mit Maus, da ist noch viel Potenzial, da ist jetzt gerade mit diesen neuen, so neu ist es nicht, aber mittlerweile marktfähig, 3D-Brillen, also wo man sich eine Brille aufsetzt, beziehungsweise ein Gerät aufsetzt und dann zwei kleine Bildschirme vor den Augen hat, wo man die Spielwelt ganz anders erleben kann, sprich in 3D zum Beispiel, und natürlich jetzt durch Einführung der Smartphones und Tablets, Touchscreens, wo man mit Finger bedient, das ist auch noch gar nicht ausgereift, also auch, wenn wir vorher von Interaktion gesprochen haben, die Interaktion mit dem Spiel, da sehe ich noch viel Entwicklungspotenzial, die Spielinhalte selber, da haben wir, glaube ich, schon sehr viel gesehen, da ist die Frage, ob es da noch große Revolutionen gibt, in manchen Sektoren, da wird nie ein Ende da sein, es gibt ja auch Spiele, wo man zum Beispiel interaktive Geschichten erlebt, die sogenannten Adventures oder die Rollenspiele, und das ist genauso, wie man sich vorstellen kann beim Medium Buch oder Film, natürlich, wenn jemand eine neue Idee hat für eine Geschichte, und da werden einem die Ideen sicher nie ausgehen, dann gibt es auch ein neues Spiel eventuell zu diesem Thema, also gerade in dem Sektor. Und natürlich, da haben wir auch nicht vergessen, die Welt um uns herum entwickelt sich ja auch, das heißt, allein dadurch, dass, sagen wir mal, jetzt 10, 20 Jahre vergangen sind, seit Computerspiele sich weit verbreitet haben, oder schon 30, hat sich die Welt ja auch verändert, das heißt, die Ideen, die dadurch entstehen, dass sie in der echten Welt existieren, tragen sich natürlich auch vom Computer, das heißt, vor 30 Jahren hat jetzt niemand noch ein, keine Ahnung, eine Flugsimulation mit irgendeinem modernen Flieger gespielt, weil es noch keine modernen Flieger damals gab, so quasi. Also, das natürlich auch. Was mich immer wieder fasziniert ist, so das, dass dann auf einmal doch was Neues kommt, das man sich so nicht erwartet, und wenn man sich vielleicht genau anschaut, ist es aber vielleicht doch nichts Neues. Ich spreche so, dieses eine Spiel, wo wir den Namen jetzt da nicht sagen, aber Sie wissen es eben, meine Damen und Herren, wo so die ganze Welt aus Klötzeln besteht, oder, die Sie dann miteinander vereinen können, wo Sie dann vielleicht neue Klötze dann bauen können, und im Prinzip ist es aber gar nicht mehr, oder, und so dieses Spiel ist schon ein richtiger Welthit worden, oder? Ja, was auch ganz, also zumindest für mich natürlich jetzt sehr nachvollziehbare Gründe hat, weil das Spiel genau, also eigentlich der Prototyp sozusagen ist, für das, was ein Spiel sein sollte, nämlich ein Spiel. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen komisch im ersten Moment, aber ich werde es versuchen zu erklären. Bei diesem Spiel, da muss man, oder jetzt muss ich einen guten Einstieg finden, vergleiche ich vielleicht, ein Sandkasten, haben viele, manche vielleicht von uns noch im Garten stehen, ein Sandkasten, das ist auch ein super Spiel oder eine super Spielumgebung, weil man dort wirklich so ziemlich alles machen kann, was man will, man kann aus dem Sand bauen, was man will, man hat das Grundgerüst, das Material, den Sand in dieser, in dieser Kiste, man hat vielleicht einen Schaufel, einen Eimer, und genau so funktioniert es dort bei diesem Spiel mit den Klötzchen, man baut aus dem Klötzchen das, was man will, und die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt, und entsprechend schränkt sich das nicht so sehr ein, wie, wenn ich jetzt sage, wir spielen irgendeine Wirtschaftssimulation, wo wir eine Stadt bauen müssen, das wird vielleicht jetzt nicht jedem gefallen, eine Stadt zu bauen, also spielt ihr das Spiel nicht, und bei dem Spiel sage ich ja, ich baue mir da eine Stadt, aber du zum Beispiel baust dir, naja, weiß nicht, eine Burg, oder einen Wald, oder was auch immer, oder einen Berg, oder keine Ahnung, und entsprechend ist es dann für uns beide was, also das einfach dadurch, dass es so viele Möglichkeiten offen lässt, was man damit tut, irgendwie für jeden was. Ich glaube, du sprichst da wirklich ganz was Zentrales an, weil, wenn wir uns so anschauen, zum Beispiel, das hat schon der Herr Schiller, Johann Christoph Friedrich von Schiller gesagt, der hat folgendes Zitat gesagt, ich werde Ihnen vielleicht eh bekannt sein, meine Damen und Herren, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Das heißt also, ich glaube schon, Spielen ist urmenschlich, oder? Spielen gehört zu uns dazu, dieser Spieltrieb, nicht nur als Kinder, sondern auch als Erwachsene, oder? Brauchen wir uns noch anschauen, jetzt die Zeit der WM, oder? Oder in anderen Bereichen, oder? Wie zentral einfach für uns Spielen ist, oder? Und so wie du sagst, da sind halt andere Medien jetzt, was hereinkommen, und wo halt diese Spielen einfach mit neuen Bereichen, mit neuen Möglichkeiten einfach auch ausgestattet wird. Ja, vor allem, wenn man sich durchs Spielen auch ausdrücken kann, weil ich vergleiche Spielen zum Teil eigentlich sogar mit sowas wie Kunst, das ist jetzt zwar ein bisschen vielleicht gefährlich, ein bisschen dünnes Eis, da drauf zu spazieren, weil es ist schon ein großer Schritt von einem Computerspiel zu Kunst, aber gerade bei diesem Klötzchenspiel muss ich sagen, wenn ich jetzt meine Kreativität ausleben kann, und das gilt nicht nur für das Spiel, das gilt auch für ein Spiel, wo ich eine Stadt baue zum Beispiel, und ich habe was in meinem Kopf, wie das ausschauen soll, und dann habe ich ein Medium, mit dem ich das gestalten kann, wie eben zum Beispiel dieses Spiel, dann ist das was sehr Kreatives und nicht mehr sehr weit entfernt von einer weißen Leinwand, auf der ich vielleicht was drauf male. Von solchen Spielen, was ganz ganz wichtig ist und auch große Motivation für Leute, weil man will ja nicht nur spielen, man will ja auch irgendwie eben sich ausdrücken. Also meine Damen und Herren, Sie hören, Spielen ist ein ganz ganz wichtiger Bereich, wir sind jetzt schon wieder am Ende der heutigen Sendung angekommen, wie immer bleibt ganz viel offen, das heißt wir könnten sicher noch stundenlang darüber weiterreden und dieses Thema wäre nach wie vorhin nicht ausgeschöpft. Wir haben natürlich auch den Bereich Online-Spiele mit da gewissen Gefahren, mit anderen Identitäten, haben wir gar nicht einmal streifen können, vielleicht nur ganz ein kleines bisschen, natürlich ist das ein Thema, ist ein wichtiges Thema, weil es einfach auch nochmal unsere Identität, unseren Umgang mit anderen einfach auch betrifft, weil es um andere Welten geht, in denen wir vielleicht anders agieren können, als wir in einer normalen Welt und dadurch eigentlich nochmal, würde ich mal sagen, ein eigenes Gefährdungspotenzial mitbietet und auf der anderen Seite natürlich andere Möglichkeiten. Tom, was wäre dir abschließend noch wichtig, was du den Zuhörern, Zuhörerinnen auf den Weg geben möchtest? Nicht Angst haben vor neuen Sachen, sondern sich ein bisschen damit auseinandersetzen, das ein bisschen alles kennenlernen auch, ein bisschen den Umgang damit kennenlernen, also weil, ich kenne ja deine Zuschauer nicht, zumindest von den demografischen Daten her, aber ich denke mal, es ist sehr breit gefächert und ich sage einmal, nicht jeder hat einen Umgang mit elektronischen Medien, vielleicht weil ein bisschen Respekt davor hat, ein bisschen Einstieg fehlt, würde ich sagen, ruhig mal auf einen zukommen lassen, ein bisschen sich das anschauen, uns als das sehen, was es ist, als Freizeitunterhaltung, als Spaß, aber eben auch, um es nochmal zusammenzufassen, als Möglichkeit, sich ein bisschen zu entwickeln und einfach offen sein und selber erleben die Sachen. Ganz stark betonen möchte ich, das liegt mir immer am Herzen, wenn ich das noch darf, die sogenannten Open-Source-Spiele, wo eben viele Leute ihre Freizeit investieren, um zum Beispiel ein Spiel zu programmieren, was dann kostenlos zur Verfügung steht und wo auch wirklich sehr, sehr gute und sehr, sehr wertvolle Spiele sind. Also einfach mal raus in die freie Natur und in dem Fall ist es meine freie Natur nicht nur draußen am Berg, sondern auch das Internet. Und wenn sich das beides verbinden lässt, dann bin ich zumindest glücklich und ich glaube, das schaffen die anderen dann auch. Ja, meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen einen sinnvollen Abend. Schalten Sie wieder ein, dann am 3. April, auch zu einem ganz interessanten Bereich. Da wird es um die Schlagworte Krise und Sinn gehen. Ja, wie gesagt, einen sinnvollen Abend. Auf Wiederhören. riesen Sie. Einsatz für Johan will ich in der Musik 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 Vielen Dank.